Und so langsam grüßt der Frühling. Danke an die Nachrichten. Herzlich willkommen heute zur Brisanz-Sendung am Donnerstag schon. Und wir gehen auch gleich rein in diesen Tag. Und damit zu der Frage heute, was steckt hinter dem Tod einer 14-Jährigen aus Berlin? Ja, ganz traurige Frage heute zu Beginn. Das ist ein Bild von ihr. Inzwischen geht die Polizei in diesem Fall von einem brutalen Verbrechen aus. Und ganz besonders tragisch sind die Details, die heute bekannt wurden. Dann hat heute noch ein Gericht zum Thema Sterbehilfe ein interessantes Urteil, möglicherweise sogar mit Signalwirkung gefällt. Und zwar einen Arzt freigesprochen, der einer Patientin das selbstbestimmte Sterben erleichtert hat. Das war nicht nur eine ganz erstaunliche Wende in diesem Prozess, sondern damit wurde auch ganz Grundsätzliches zum Thema Leben und selbstbestimmtes Sterben in Frage gestellt. Klaas-Oliver Richter. Ja, wie haben Sie diesen ersten Tag erlebt? Es waren ja viele Kollegen mit dem Saal, die Kim Wall gut kannten, ihre Arbeit, sie auch als Mensch und dann besonders auch die Eltern. Das kann man unbedingt nachvollziehen. Danke, Klaas-Oliver Richter, der für uns diesen Prozess begleitet. Dankeschön. Schauen wir auf was Schönes jetzt auf Sport. Morgen Mittag geht's nämlich los. Olympische Spiele Teil 2. Die Paralympics beginnen dann. Das Erste ist mit dabei, überträgt dann im Wechsel mit dem ZDF. Und da ist ein ganz besonderer Typ dabei. Und zwar heißt er Matthias Meester. Der ist Leichtathletik-Weltmeister und der ist dann TV-Experte. Er nennt sich übrigens gerne Weltmeester. Und es ist tatsächlich ein ganz lustiger Typ. Und er wünscht sich unbedingt einen lockeren Umgang mit dem Thema Handicap. Und da geht er schon mal einen Schritt laut voran. Das macht er auch ganz gern mal auf seiner Facebook-Seite. Da gibt es zum Beispiel dieses zynische Bilder-Rätsel. Unter dieses Bild hat er geschrieben, das hier sind ein Bier und zwei kurze. Ja. Er findet, alle sollten so locker damit umgehen, dann ist Handicap nämlich gar kein Thema mehr. Ja, gibt's eigentlich nicht, möchte man da sagen. Noch ein TV-Tipp für heute Abend. Da kommt der zweite Teil vom Gladbäcker-Geiseldrama, der große Entführungsfall. Ein Fall, der bis heute ja steht für das große Versagen von Polizei und Presse. Auch deshalb, weil das Fernsehpublikum damals quasi mit live dabei war und den Entführern zusehen konnte, wie sie eine Art makabere Lotterie mit den Entführungsopfern gespielt haben. Bei uns heute in der Sendung spricht eine Frau, die damals ihren großen Bruder verloren hat. Eine unvorstellbare Situation, alles passiert vor ihren Augen. Tja, sogar die New York Times hat berichtet. Jetzt gibt's ein Happy End. Wie schön, dass wir das noch erzählen konnten. Wir gucken jetzt auf die Prominenz. Nicht nur Prinz Harry hat dieses Jahr vor zu heiraten, auch ein Weltmeister und zwar Mario Götze. Dazu jetzt mehr. Und dann haben wir noch Jennifer Lawrence, die beweist, Lügen haben manchmal sehr schöne Beine. Legen wir los mit ihm. Weltmeister ist er jetzt schon. Jetzt wird er auch noch Ehemann Mario Götze. Unser WM-Held will in diesem Jahr schon heiraten. Seine langjährige Freundin Ann-Kathrin Brömmel. Ja, und wozu sind Freunde da? Einer hat jetzt Details zur Hochzeit schon ausgeplaudert. Insofern ist jetzt auch bekannt, wo und wann denn geheiratet wird. Schön soll's werden. Na, das klingt ja wunderbar. Was haben wir noch? Bei ihr ging es richtig nach hinten los. Jennifer Lawrence, eigentlich aktuell eine der coolsten und gefragtesten Frauen in Hollywood, wollte für eine Zeitschrift beweisen, dass sie auch eine absolut ehrliche Haut ist. Dafür hat sie sich tatsächlich einem Lügendetektortest unterzogen mit dem unangenehmen Ergebnis, dass sie dann beim Lügen erwischt wurde. Sie wurde nämlich gefragt, ob sie Trinkgeld gibt und großzügig. Und da hat der Lügendetektor dann ausgeschlagen und sie musste einräumen. Ups, mach ich gar nicht. Hollywood-Lieblingsstar, der scheint gerade nicht alles so perfekt zu gelingen wie sonst. Ist gerade so schön, denn heute ist ja auch noch Weltfrauentag. Deshalb haben wir uns gedacht, lassen wir jetzt doch einfach mal nur tolle Frauen ran. Superman kann zu Hause bleiben, Superwoman übernimmt den Job. Die hat auch die schöneren Schuhe an. Bei diesem Bild hätte meine Oma wahrscheinlich gesagt, nicht doch die schicken Schuhe in den Matsch stellen, aber gut, Lionel Richie kann man ja eigentlich alles verzeihen. Jetzt gibt es den Mann mit der Schmachtstimme sogar noch in Beton. Für immer verewigt. Genau, und danke. Damit haben wir auch den Ohrwurm für heute Abend. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend, freuen uns auf morgen. Tschüss.